Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1878 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kaufe die Geschenke im Kaufhaus und lasse sie dort einpacken. Ich kaufe die Geschenke im Kaufhaus und lasse sie dort einpacken. An drei Tagen in der Woche arbeite ich in der Bibliothek. Ich sehe gute Dinge auf mich zukommen. Das wird ein ereignisreicher Tag. Ich sehe gute Dinge auf mich zukommen. Das wird ein ereignisreicher Tag. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Ich schlage vor, das Problem genauer zu betrachten. Danach werden wir definitiv zu einer Entscheidung kommen. Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. In meiner Heimat verkaufe ich selbst gebaute Vogelkäfige auf dem Markt. Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Mit dem Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. Mit dem Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. Wir müssen den Test wiederholen. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Jetzt ist der Apfelkuchen fertig. Ich nehme ihn aus dem Backofen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich weiß es. Ich habe die Lösung. Ich kann allen das Ergebnis mitteilen. Ich weiß es. Ich habe die Lösung. Ich kann allen das Ergebnis mitteilen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe die Lösung. Ich kann allen das Ergebnis mitteilen. Die Himbeeren sind reif. Ich liebe Himbeeren mit Vanillesoße. Die Himbeeren sind reif. Ich liebe Himbeeren mit Vanillesoße. Ich bin Immobilienmaklerin in dritter Generation. Das Unternehmen wurde von meinem Großvater gegründet. Ich bin Immobilienmaklerin in dritter Generation. Das Unternehmen wurde von meinem Großvater gegründet. Eigentlich ist es eine Armbanduhr, aber ich trage sie an einer Kette um den Hals. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals erhalten habe. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals erhalten habe. Diesmal haben wir gewonnen. Unsere Leistung war viel besser als das, was der Gegner von uns erwartet hatte. Damit wir wissen, was in der Nacht passiert ist, machen wir morgens eine Teambesprechung. Jeden Tag nehme ich mir Zeit für längere Meditationen. Jeden Tag nehme ich mir Zeit für längere Meditationen. Es müssen nur noch wenige Kisten ins Haus gebracht werden. Ich überprüfe die Ergebnisse meiner Kollegen. Ich überprüfe die Ergebnisse meiner Kollegen. Gibt es Fehler in der schriftlichen Darstellung? Ich überprüfe die Ergebnisse meiner Kollegen. Gibt es Fehler in der schriftlichen Darstellung? Ich schätze gutes Aussehen. Ein Elektrorasierer kommt für mich nicht in Frage. Wir haben genügend Vorräte, um alle gewünschten Impfungen durchführen zu können. Wir haben genügend Vorräte, um alle gewünschten Impfungen durchführen zu können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gibt es noch nicht. Gibt es noch nicht. Vielen Dank.